Zusammen als Familie Zeit verbringen und auch, wie sie es genießen. Ja, das war auch so richtig. Die Realität sieht aber nicht ganz ernst aus. Kleine Gäste, um alle der Hälfte der Familie kleine Rieschen zu definieren, die für die Kanne und auch für die Alte regeln. Für sich während der gemeinsamen Moment nicht vom wesentlichen Auflängen zu lassen. Stell doch dir gemeinsam mit der Kanne Rieschen ab. Er geht's mit dem guten Beispiel 4.